klick und herzlich willkommen zu diesem kleinen mini video heute ist der neunte und wir werden gleich wissen was im neunten für uns versteckt ist ach naja gut okay passend zu der adventszeit neunter ich muss sagen der rotbäckchen sagt ist schon lecker aber ja wirklich spannend ist das nicht egal immunstock mit zink und so weiter platzten für mich vor gesundheit das ist das gesündeste video überhaupt das ist schon mittlerweile mehr so schmeckt die sauer meist alkoholfrei ok jetzt kommen wir zu dem hier wo ist der neunte 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 irgendwo ist er doch naja gefunden ahoi hause danke fürs zuschauen bis zum nächsten video mal sehen ob ich morgen vielleicht so ein kochvideo für euch mache tschüss